jetzt müsste das auch noch was aufzuholen wir mussten ja hier noch so ein bisschen oschersleben mal filmen und nachkommentieren und mal so ein bisschen erzählen was in oschersleben denn noch so gewesen ist an diesen zwei tagen drei tagen vier tage sagen wir zwei tage gehen tage waren wir da ganz kurze story ersten tag gurke kommt rein 600 dritter gang kaputt zahn ab losgefahren triumph geholt zweiter tag triumph kaputt dritter tag 6 geholt alles umgebaut damit gefahren hat funktioniert bisschen viel kaputt ein bisschen viel fahrerei ein bisschen viel schrauberei gucke hat sich jetzt bei uns allen auf lebenszeit jetzt verschuldet ja weil das kannst du eigentlich gar nicht wieder gut machen dass sie wieder gerissen haben aber er hat jetzt auch keinen druck also er muss jetzt meister werden wenn er nicht meister wird hat er keine freunde mehr punkt so wie man sieht gar keinen druck keinen druck überhaupt kein druck aber da wird es wahrscheinlich auch noch gibt es ein video von da kommt noch wieder kommt noch ein video von da werden wir auch noch mal ein bisschen erzählen was kaputt gegangen ist wir haben auch bilder gemacht und da aber gucke ist gucke und schnaps ist schnaps und jetzt ich habe ja auch noch ein bisschen was gefilmt und ich habe jubiläum gehabt 25 jahre oschersleben vor 25 jahren habe ich mir das erste mal handgelenk gebrochen da und da dachte ich mir doch dann muss ja zum 25 jubiläum musste ja doch mal die adrenalinphase etwas höher schrauben guckt euch an das war lustig ja ja aber ich sehe links da hat er gar gesehen das ist der toaster der hat sich eine ich mache es gar nicht aussprechen dieses ding mit den drei buchstaben ausgeliehen heizgriff kiste nicht dass ich da auch noch werbung für mache und hat die damals ausprobiert weil seine suzuki gesagt hat hier fahr ich dich die wollte nicht so ja und jetzt lauschen wir mal gespannt der dinge die da passiert ist der ton an der ton ist aber ich kann nicht ganz so laut sonst halt das wieder im video dann hast du doch mit den sound drin da klingt nicht so wir wollen ja wir wollen dass ihr vernünftigen motor sound hat du hier ist my eyes andersrum ja ja ich muss dazu sagen qualifying war so lala ich hatte gebrauchte reifen vorne hinten und dann hatte ich mir auch zum rennen nur hinten drauf gezogen weil ich meine ich dachte das reicht ja guckt euch an so macht man es nicht auf keinen fall ich weiß noch nicht warum es passiert ist aber ihr werdet es ja sieben ja ich hatte ein bisschen die buchse voll also wie man es machen soll ich weiß nicht warum sie ist einfach keine leistung kein vortrieb und dann habe ich mich ungelebt die hand gewonnen gewinnt wie milder und gott sei dank dankeschön dankeschön sind alle irgendwie dran vorbeigekommen ja und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen die lampe oben war aus erstmal frust auf mich dann noch mehr frust auf mich dann nur am schwachkopf und ja ich musste da jetzt das möglichste rausholen dann hatten die noch das rennen natürlich verkürzt auf 15 minuten plus zwei runden weil vorher war die spuren was war da und ja ich hatte jetzt nicht viel zeit ich muss jetzt irgendwie durch und ja volles feld 44 fahrer und ich hab ja hier da an dem drei buchstaben fahrer vorbei und vorteil ist es sind alle mal drauf aber es war echt nicht ich habe so und ich wusste jetzt nicht wie fahren die alle ich habe die ja vorher nicht gesehen ich habe ja eigentlich nur mit ihnen nach vorne zu tun die willst du ja auch nicht runterfahren weil dann liege ich ja schon wieder am mist ja 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 da wird sie ja auch nicht einmal ebenso reinhalten wie so ein gestörter es war schon nervig es war richtig nervig ne und die tauser seht ihr ja die geht schon echt gut so auf den geraden auch wenn du mal nicht rauskommst ne ja aber übrigens ne für die leute so zwei drei leute von instagram und so und die dann so geschrieben hatten der typ quatsch der nur und laber nicht kann ich fahren und was nicht alle da ne mit verkehr ne 32 in urschausleben ne ich weiß ist nicht schnell geht auch schneller haben wir dann im zweiten rennen gemacht ohne verkehr finde ich jetzt nicht so schlecht kann man wieder aber ja so manche andere sachen ich weiß nicht nur wo ich bin bin ich auch nicht so gut zwei minuten fünf verheichter schleiz bin ich auch bei 1 30 normal weg ich fühle mich jetzt nicht so als der schnellste zu bezeichnen aber ich bin jetzt auch nicht langsam also wenn ihr mal wollt lieblingsstrecke und so ich komme da wohl wir kommen da wo mal hin dann können wir ja mal hinausfahren so wie man das früher gemacht hat ja genau dann trinken wir nachher noch 20 kisten bier nein wir kommen damit energie vorbei damit schon die erreicht ja 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 spätestens ab der zweiten dose ja gut jetzt haben wir gerade ein bisschen pause aber es war schon ich war so gefrustet man hat das aber auch an deiner körpersprache sind wieder auf motorrad das das problem ist ja ich hatte vorher schon 30 dreimal keine punkte und dann bist du einigermaßen auf platz sieben habe ich gestanden am start und dann sag ich so ach komm vierter fünf dort geht allemal nicht nicht das problem und dann bist du blöd zum motorrad fahren du kannst nix du kannst du nicht mal losfahren heißt ja wie so ein anfänger fahrschule gut ja ich hatte das nur oben von der tribüne aus gesehen den stadt oder so gott oh gott oh gott ja irgendwie gut ja aber ich muss sagen man ist doch sehr wenn man das so ein paar hundert mal gemacht hast noch stattdach am start sehr ruhig also ich glaube ich würde ich umgedreht und wie man es halt sagt hände hoch und dann habe ich nachher noch einen einlauf gekriegt auch von margret und übrigens schuldigung ich habe mich beim letzten mal nicht verabschiedet ich auch nicht es tut mir leid wir waren es wieder gut willkommen noch einmal vorbei da sagen wir noch mal schön wir waren so im stress weil wir die scheiß motorräder nicht noch wieder weg bringen musste wieder zusammen schrauben muss und alles wieder umbauen wussten und so und ich hatte so die krawatte und da habe ich auch auch noch mal das mal aufgefallen idiot ja dann vom rennleiter vom veranstalter vom herrn von wie ich da alles gekriegt habe die dachten ich habe das extra gemacht ist ja klar die lehrung ich muss sagen so am 25 einmal und dann so auf der stecke gestanden doch ja 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 was ich dann auch festgestellt habe je mehr du überholst desto mehr kommst du ja nach vorne desto schwieriger wird es dann eigentlich zu überholen aber das ging eigentlich bis zu zwei drei leute gut man muss das so sagen die die haben den pro cup und die superbike in ein feld geschmissen das muss man für der weise dazu sagen aber sie ist das meine ich mit du weißt nicht wo du vorbeigehen sollst weil da ist er ist schön in so jetzt würde ich eigentlich nach intern bleibt aber so lange in beschleunigt so lange bis du sagst nee und dann steht er und der nächste schwung weg ja jetzt auch bin jetzt kannst du nicht vor durchladen na gut da machst du es wieder hinten in der gegend auf der bremse und da das mag ich da eigentlich nicht ich mag es da überhaupt nicht okay da anbremsen ich weiß nicht warum das ist nicht meine ecke weil es runter geht rein geht und in dieser kompression ist noch eine welle der die bodenwelle ist also die mittlerweile gar nicht passt das ist so spitz und der von außen zieht ja mit schwung rein ja ja das jeder darf das finde ich super mit reiten kann ich gar nicht lieber ende gegen gerade ja 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 also wandert dies ja noch mal hin vielleicht haben wir noch mal zeit wir sind nämlich diese strecke jetzt einmal abgegangen und wollten eigentlich bilder machen aber durch diese ganze schrauberei und das ganze genervel haben wir natürlich wieder vergessen kamera mitzunehmen ich schaffe auch nix ich schaffe auch nix wenn wir noch den dlc lauf da können wir vielleicht abend vorher noch mal gucken dass man da vielleicht mal die strecke abläuft entweder war das dein knieschleifer oder deine fuß ist aber ich glaube man eher knieschleifern ist ja so laut ellenbogen wird es ja nicht gewesen obwohl obwohl das knapp davor war also sowas meine vor allem im zweiten renner standen wir oben auf der platz und so gedacht so der hat den ellenbogen ja draußen was da los und cool reiter ein ellenbogen gehört nicht auf den asphalt das ist ja ja asphaltbogen und nicht ellenbogen ja jetzt philosophie so mache ich jetzt meinen berühmten trick wieder könnte sehen das halt man über ja das geht ja ich gut aber ihr muss dann wirklich das hört seine dreht sein muss dann wirklich einmal bewusst vorbei er muss er muss er muss einen auf jeden fall sehen ansonsten wird das kuschelig so und da will kommen wer will noch mal wird noch nicht und ihr seht da vorne dann nächstes aus der scheiße ist keiner mehr der muss noch ein paar umgeguckt sind nur nach 24 und sein mist wie viel meter du einfach auf der bremse machst ja das ist aber eigentlich gar nicht so viel weil ich würde ja ganz gerne wenn ich so gegen leute falle die so 28 fahren so viel meter auf der bremse dann wäre die geschichte eine ganz andere irgendwas schleift aber komisch wenn die kamera hat das mikro links rum deswegen kann sein dass es ja aber wie gesagt ideallinie 1000 600 ist ein ganz ganz bisschen anders aber meistens auch nur eine hasse rüder rein ansonsten ist das genau die linie und ja sie passt da passt jetzt nicht ganz so ausgang war nicht ganz so schön aber wir können ja nächste woche wird nicht nächste nächste woche der sind wir nicht in das leben nächste runde einmal eine flufige runde in oschers leben nehmen für die dies interessiert ich fahre auf der r1 r49 15 42 übersetzungen das heißt ich komme da im zweiten raus etwa vierter fünfter fünfter ausgedreht so ein fahrt rüber zack zeit zurück also beim form umlenken da geht es im dritten durch jetzt schön nach ganz innen ganz in ja da kommt ihr genau da hinten raus hier ist so ein weißer strich da dann rein ich lasse mich da ein bisschen raustragen man kann ihn auch ganz empfangen wenn sie eine bodenwelle doch mal wieder schalten den vierten reinlaufen lassen gas anlegen und jetzt ab da immer weiter aufziehen ganz langsam alter weiter weiter und dann runter dritten und da so wenig wie möglich bremsen reinlaufen lassen da wieder raus nicht schalten durchlaufen lassen schön sauber treffen da ganz in ganz in ja ja und da jetzt schön ran dass sie wieder an körper rauskommt vielleicht noch auf dem kopf kurz rauskommen vierter fünfter wieder am strich anbremsen draußen dann ganz rein ganz rein ganz drüber bisschen warten jetzt gas geben gang drin lassen den dritten alles im dritten da richtig runter reinlaufen lassen wieder dritten 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 und dann da in zweiten und dann schön von außen überschneiden und dann raus beschleunigen vorsichtig nicht auf dem körper der körper fällt so ab ja und dann mal gucken wann so ein wirklich fahrer bremst früher ja und das können wir uns jetzt noch zwei dreimal angucken das ist so nervig die sind da hinten und denkst du noch 20 leute noch 20 gehen wir zehn runden mehr und dann bin ich da vorne es war so ärgerlich es war so ärgerlich und es war echt geiles wetter wir hatten den samstag richtig heiß keine ahnung 400 grad die reifen die lang unter der felge die waren weggeschmolzen das war wie so ein beton bach wir hatten gott sei dank wir sind donnerstag den ganzen tag gefahren freitag den ganzen tag gefahren und samstag hatten wir zwei qualifers das heißt wir konnten den ganzen tag abhängen konnten uns alles angucken und haben geschwitzt die schweine mussten aber nicht fahrt das war ja wunderbar ja und dann hat das sonntag nacht hat es dann ein bisschen geregnet und ein bisschen gestürmt und ein bisschen müssen wir müssen noch mal alles festziehen gott sei dank haben wir neben so einem riesen lkw gestanden das war also windstill bei uns bist du aus diesen wittscharten rausgegangen musik richtig gut ja und da später haben wir zwölf grad weniger und das war perfekt so jetzt nähern wir uns den nächsten guten mann hier mag es sein und 20 minuten aufnahmen dann muss ich die aufnahme einmal neu starten und da muss ich immer mal rüber linden im moment geht es noch 4 minuten 20 minuten sollte so gerade genau die kacke da auch da kann man das richtig schön einlaufen lassen man glaubt das gar nicht wie schnell man durchfahren kann ich gebe dann erinnern in dem zeit noch einmal so einen kleinen gasstoß für mich aber das verhindert dann dass ich zu langsam darin vor allem wenn wir mal festgestellt wir sind ja so dass wir sagen okay man bremst und bleibt so locker ja aber wenn ich bremse und bin dass das zieht hier nicht nicht zu langsam muss schon also sport motorsport wenn es beim bremsen nicht in den armen wehtun fahrer zu langsam ja ja auch so was natürlich eine kurze dreifach links ja okay ja auch so ein akkert was dann ist es auch weg da sagt das vorderrad dann auch irgendwann nicht gehen rennt das müsste der alexander klasen sein okay von dem druck du hast doch einfach das ist eine kabel aber ich habe auch mein schild da draußen das habe ich nicht gesehen ich habe überhaupt nicht mehr drauf geguckt ich wollte nur noch noch ein noch ein noch ein noch ein scheißegal mir ein fahren wir noch ein fahrer nach dem scheiß tag ich muss dazu geht es hat schon spaß gemacht habe ich zu fliegen aber wenn du überlegst warum du da durchfahren musste es gut so einfach sein ja und ein heiles motorrad der hobel musste jetzt halten meine bremse funktioniert übrigens sieht man glaube ich weiß schon mal ganz froh dass die wesen einigermaßen hat funktioniert wenn du so ohne bremse vernünftige bremse gefahren wäre es ja nur noch eine bremse ja deshalb konnte ich auch so lange reinlaufen lassen probiere ich jetzt noch mal meinen trick ich glaube einmal habe ich etwas versaut habe ich etwas zu mal drin ich glaube das ist das ja da stehe ich fast diese das ist wieder so ich bin zwar vorbei nicht zu mir also noch ein lauf ein aber noch ein aber noch verdammt 19 uhr 30 mein freund eine minute 20 haben wir noch und rechts in der ecke so jetzt wollte er damit zu machen dieser man kann hier aber außen wir hatten da noch oben von der tribüne halt zugeguckt und gesehen so scheiße den kriegt er nicht mehr verschwindet ihr weiter und schraubrücker du plötzlich plötzlich wollen also wie ist der jetzt dran vorbei laufen lassen einfach laufen so und leider da hinten da sieht man noch zwei der reifen werde ich gelitten weil ich ja so langsam durch die kurve fahren musste und immer beim raus beschleunigen weil wenn einer von mir ist musste ich ja mehr gas geben und dann hat er sich immer ich musste den sohn arsch treten und ich war ja zwei sekunden so langsam eigentlich dass er einfach zu viel abrieb hatte und er war nachher ich habe nicht schwer am schmieren und möchte schon so das ist nicht gut und ich glaube das sind schon wieder über 100 ich meine du hast auch wenn wir die ersten auch schon wieder überrunde dann also einiger zu zweimal überholt ja ich hatte mit unserem tost hier so kleine wette dass ich ihm wie ein dreier motorrad nicht überrunde lasst euch überraschen das mal so ich habe es so gerade ja also ich habe schon geschäft aber es ist nicht gewertet also ich hatte spaß ich habe es auch geschafft endlich mal in die hasse rüber das motorrad anzustellen ich habe das ist ein paar mal geübt es quietscht jetzt auch fängt an zu rollen das geht schon gut ich muss euch jetzt noch ein bisschen perfektionieren und ein bisschen mehr gefühl reinfliegen und ich brauche immer lange bis ich was kann aber ich denke mal bis ich renner bin habe ich das drin die drei tage ich wollte sagen die nächsten 25 jahre in oschers leben kommen auch noch ja ja genau und dann versauen wir den start wieder und dann kriegst du ein denkmal trottel alle 25 jahre ach ja es war schon es war nicht schon so müsste jetzt eigentlich so langsam hier ich glaube das müsste dem ende lang sein da vorne da hinten sieht man noch drei aber die kämpfen auch um die goldene ananas da passiert nichts mehr also die ersten 67 wusste ich wohl die krieg ich nicht mehr da ist jetzt schon so jetzt kommt dieser komische vogel mit dieser und jetzt habe ich ihn dort gesehen so ich habe ihn versprochen ich überrunde ihn so jetzt pass auf so schade dass man meine linke hand nie sieht jetzt jetzt was hört zu währenddessen habe ich jetzt den finger gehoben und so nach hinten gezeigt überrundet zwei mal ja 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 ich habe gesagt kostet diese motorrad nicht siehst du mich ja soviel dazu also ich bin noch neunter geworden von 44 von ganz hinten nach dem safety car ich glaube noch letzter letzter gibt es eigentlich gar nicht mehr gibt es nicht mehr das zu sagen wir haben in der meisterschaft hier ein paar plätze nach vorne gut gemacht so sozusagen hast du aufgedeckt oder so dann wie sagen sehen wir uns nachher beim zweiten rennen macht gut